hey yo was geht peace meine freunde ja leute ich bin wieder euer wii mit mods und ja leute heute mal ein kleines so gesagtes tutorial oder so gesagte information für euch und zwar manche haben mir in den kommentaren geschrieben bei meinen intros ich gemacht habe und zwar dass ich einen zweiten kanal eröffnen sollte und das habe ich auch gemacht und aber ich bin trotzdem noch am wii mac mods account also kanal immer noch aktiv ihr könnt mir auch beim zweiten kanal ein abo da lassen da zeige ich euch das mal einfach mal freaky intro mit dem zeichen hier dem grünen und ja leute sind noch keine videos oben der kanal richtig neues und ja leute wenn ich mal ein paar abonnenten habe dann werden auch ein paar intros kommen ihr schreibt mir einfach was ihr wollt und ich werde versuchen eure wünsche zu erfüllen und ja die anderen intros werde ich alle noch auf den kanal hochladen und ja leute dann würde ich mal sagen haut rein bis zum nächsten mal euer bis zum nächsten mal